Das Vorhaben, die Idee ist, hier tatsächlich eine Aufgabe exemplarisch mal durchzurechnen. Mein Vorschlag ist, dass wir hier die 7.4 nehmen. Ja, dann gehen wir einfach mal in die Behandlung der Aufgabe rein. Also das ist einfach nur noch mal am Anfang hier eine Problembeschreibung. Wir haben also unsere Geometrie, da brauche ich jetzt nicht großartig was zu sagen, das ist einfach nur noch mal hingezeichnet. Und das, was in der Aufgabenstellung ja schon vorformuliert war, dass es sich hier eigentlich um ein zweidimensionales Problem handelt. Das muss man noch mal ein bisschen direkt am Anfang im Kopf klar bekommen, was das eigentlich heißt, dass das ein zweidimensionales Problem ist, weil das Problem ist natürlich ein dreidimensionales Problem. Werden wir später auch noch sehen. Aber unter gewissen Aspekten erscheint es uns wie ein zweidimensionales Problem. Woran erkennt man das? Was sind die Trigger, die in der Aufgabenstellung gesetzt werden, die dazu führen, dass Sie als Bearbeiter der Aufgabe sagen, oh, das kann ich eigentlich als ein zweidimensionales Problem betrachten. Die Trigger sind, Sie haben ja eine Geometrie, die in einer Koordinatenachse sich nicht verändert, invariant ist. Und das gilt sowohl für die Geometrie, also die Berandung, den Rand dieses rechteckigen Rohres. Das ist ein Rohr, das in Z-Richtung geht. Und das ist so formuliert, dass das eben invariant ist. Egal, wo Sie jetzt die Ebene Z gleich 0 setzen würden, das spielt keine Rolle, weil die Geometrie ist unendlich ausgedehnt in Z-Richtung und ist immer gleich. Die Leitfähigkeit ist unendlich, die hängt nicht von Z ab oder so was. Das wäre ein Parameter, der das durchbrechen würde, der diese Translationsinvarianz durchbrechen würde. Translationsinvarianz. Und das bezieht sich eben nicht nur auf die Berandung, sondern es bezieht sich auch auf die Linienladung, die da drin ist. Das ist ja so eine leitfähige Linie, eine geladene Linie in Z-Richtung. Das heißt, wenn Sie die ganze Anordnung einen Meter nach oben verschieben, sieht die, und oben ist jetzt Z-Richtung, sieht die immer noch identisch aus, die verändert sich nicht. Die ganze Anordnung verändert sich nicht, wenn Sie sie in Z-Richtung verschieben. Wenn sich die Anordnung, das Problem, nicht verändert, wenn Sie es in Z-Richtung verschieben, dann kann natürlich die Lösung nicht von Z abhängen. Weil Z ja in gewisser Weise etwas Willkürliches ist. Egal, wo ich Z gleich 0 setzen würde, das Problem sieht immer gleich aus. Und dann kann die Lösung nicht von Z abhängen. Das ist was ganz Wichtiges, dass man auf solche Invarianzen schaut. Also eine Invarianz unter einer bestimmten Koordinatenoperation bedeutet immer, dass die Lösung bezüglich dieser Koordinate unabhängig sein muss. Das gilt auch für die Kugel, wenn die eine Oberflächenladung hat, die nicht von Phi abhängt. Also wenn Sie so eine Rotationsinvarianz haben, bei einer Kugelladung, dann kann auch die Lösung nicht von dieser Koordinate abhängen. Das geht nicht, weil kein Punkt ausgezeichnet ist. Auf der Kugel wäre kein Phi ausgezeichnet, hier ist kein Z ausgezeichnet. Und dann kann die Lösung nicht davon abhängen. Das ist das Erste, was man hier erkennt. Und das bedeutet, ich kann die Anordnung um eine Dimension reduzieren. So ist das zu verstehen, kann als zweidimensionales Problem zunächst mal betrachtet werden. Wir werden im weiteren Verlauf sehen, dass man die Information, dass es dreidimensional, natürlich trotzdem noch braucht. Also die Anordnung wird nicht zweidimensional, die bleibt dreidimensional. Aber die Lösung hängt nicht von der dritten Koordinate ab. Das ist das Erste, was man sich hier merkt. Und wenn ich so ein zweidimensionales Problem hätte, und hier ist ja jetzt in der Aufgabenstellung da so ein Q eingezeichnet, das ist jetzt natürlich nicht wirklich eine Punktladung, sondern das Q, was hier eingezeichnet ist, wenn Sie sich vorstellen, Sie schauen von Z-Richtung auf die Anordnung drauf, dann würden Sie ja sozusagen nur diese Ladung, diese aufsummierte Ladung entlang der Z-Achse sehen. So ist das zu verstehen. Das sieht aus Plus-Z-Richtung gesehen, würde das so aussehen, als läge hier eine Ladung Q, die aber nicht wirklich eine Punktladung ist. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Das ist eine vereinfachte Zeichnung. Und dementsprechend hätte man hier eine Flächenladungsdichte in dieser Ebene, die eben so geschrieben werden könnte. Das wäre eben gerade diese Ladung, die aber in Wirklichkeit das Integral entlang der gesamten Linienladung ist. und dann eben die Positionierung, also Delta X minus A, Delta Y minus B. Das haben wir ja schon häufiger gesehen. Wenn man so etwas hinschreibt, machen Sie bitte immer einen kurzen Einheiten-Check. Stimmt das? Sie wissen ja, was rauskommen muss. Es muss rauskommen, Coulomb pro Quadratmeter. Bei der Ladung hätten Sie so, wie es jetzt definiert ist, eben Coulomb. Und dann haben Sie aus der ersten Delta-Funktion 1 durch Meter, aus der zweiten Delta-Funktion auch 1 durch Meter. Die sind dimensionsbehaftet. Da haben wir drüber gesprochen, weil X ist eine Länge und A ist auch eine Länge. Und diesen Faktor, diesen Dimensionsfaktor, bekommen Sie als 1 durch in der Dimension nach vorne. Schauen Sie im Zweifelsfall noch mal Eigenschaften von Delta-Funktionen nach. Also von daher stimmt die Einheit. Machen Sie das. Machen Sie solche kurzen Dimensions-Checks. Das spart Ihnen viel verlorene Punkte im Zweifelsfall, weil das passiert unheimlich schnell, dass Sie irgendwo einen Faktor vergessen. Und der schnellste Weg, das zu merken, dass Sie einen Faktor vergessen haben, ist mal kurz die Dimension zu checken. Also die Dimensionen der Größe sind Ihre Freunde. Und das Nächste ist ja in der Aufgabenstellung auch schon vorgegeben, man soll einen Produktansatz machen. Da kam in der Vergangenheit auch schon die Frage auf, ja woran merke ich denn, dass ein Produktansatz erlaubt ist? Dazu ist zu sagen, erlaubt ist jeder Ansatz. Das steht Ihnen vollkommen frei. Sie dürfen ansetzen, was Sie wollen. Nicht jeder Ansatz führt zum Ziel. Also, es kann sein, dass Sie irgendwas ansetzen, rechnen dann mit dem Ansatz durch und kommen auf einen Widerspruch. Kommen auf irgendeine Gleichung, wo Sie sagen, das kann nicht erfüllt werden. Fünf gleich sieben oder irgendwie sowas. Spätestens dann wissen Sie, dieser Ansatz war nicht gerechtfertigt oder führt nicht zum Erfolg. Das heißt nicht, dass das Problem keine Lösung hat. Wir wissen von solcher Art von Problemen, dass Sie eine Lösung haben und dass die Lösung eindeutig ist. Das heißt nur, dass Sie in dem Fall dann einen schlechten Ansatz gewählt haben. Also das heißt, ein Ansatz rechtfertigt sich dadurch, dass er erfolgreich war. Natürlich gibt es da Theorien zu, welche Differenzialgleichungen mit welchem Ansatz bearbeitet werden können. Ich habe Ihnen hier zum Beispiel mitgebracht, Morse und Feschbach, Methods of Theoretical Physics. Das sind nicht zwei Exemplare, das ist Band 1 und Band 2. Da finden Sie zum Beispiel Abhandlungen dazu. Wann ist sowas gerechtfertigt? Das fängt hier an auf Seite 494. Kann man alles machen. Würde aber den Rahmen eines solchen Kurses hier sprengen und führt dann auch tatsächlich, ich meine, das ist jetzt hier theoretische Physik, führt aber sehr schnell tatsächlich eben mathematische Betrachtungen rein, die für den Kurs hier eigentlich nicht angemessen sind. Sie brauchen das nicht. Viel wichtiger ist, dass Sie im Laufe der Zeit ein Gefühl dafür bekommen, könnte das separieren oder könnte das nicht separieren. Also könnte ein Separationsansatz funktionieren oder könnte er nicht funktionieren. Und bei so einer Geometrie, die quasi danach schreit, löse mich in kathesischen Koordinaten, weil das ist alles rechtwinklig hier. Bei so einer Geometrie ist ein Separationsansatz immer sehr naheliegend. Und deshalb habe ich an anderer Stelle schon mal gesagt, ob Sie so einen Separationsansatz machen oder nicht, wenn es jetzt nicht in der Aufgabenstellung vorgegeben ist, das hat viel mit Erfahrungswissen zu tun. Oder mit einem tiefen Studium von sowas hier. Also, Quintessenz, Sie müssen das häufig genug gemacht haben, wie bei vielen Themen. Sie müssen das häufig genug gemacht haben, dann entwickeln Sie ein Gespül dafür, ob das sinnvoll ist oder ob das nicht sinnvoll ist. Also hier in dem Fall schreit die Aufgabe danach, in kathesischen Koordinaten separiert zu werden. Sie würden nie auf die Idee kommen, das in Polarkoordinaten zu separieren, weil die Geometrie das nicht hergibt. Aber kathesische Koordinaten, das kann man probieren. Das heißt, dieser Ansatz ist ja in dem Fall auch schon von der Aufgabenstellung vorgesehen. Also so würde man ansetzen, unser Phi von x, y, z spielt keine Rolle, ist eben ein, oder versuchen wir darzustellen als f von x mal g von y. Und dann haben wir hier die Strategie, dass wir uns zunächst mal die Laplace-Gleichung anschauen. Jetzt würden Sie schreien, Halt! Warum Laplace-Gleichung? Da ist eine Ladung im Lösungsvolumen. Wieso nicht Poisson-Gleichung? Warum? Ja, genau. Wenn wir schon den Plan haben, das Gebiet aufzuteilen, dann ist es nämlich einfacher. Wenn wir das Gebiet aufteilen in Teilgebiete, die keine Ladung enthalten, dann ist es viel, viel einfacher. Und dann, genau wie Sie sagen, taucht die Ladung als Randbedingung auf, muss aber auch berücksichtigt werden. Sie können wir nicht wegfallen lassen, sie ist ja da. Setzen wir hier Laplace-Gleichung an. Das heißt, wenn wir in dem Moment, wo Sie Laplace-Gleichung ansetzen, sagen Sie eigentlich schon, ich unterteile das Gebiet. Und wo unterteilt man das? Naja, da, wo die Ladung sitzt. Also in dem Fall, hier, könnten Sie ja hingehen und sagen, naja, ich unterteile das Gebiet entlang einer solchen Linie. Sie könnten auch hingehen und sagen, ich unterteile das Gebiet entlang einer solchen Linie. Also Sie könnten auf die Idee kommen, das horizontal und vertikal zu unterteilen. Eine interessante Frage ist, kann ich auch auf die Idee kommen, das Gebiet ganz anders zu unterteilen? Nehmen wir mal Lila. Ich könnte ja auch sagen, ich unterteile das Gebiet so. Jetzt habe ich ja auch die Ladung am Rand sitzen und in beiden Teilbereichen, die ich jetzt skizziert habe, habe ich keine Ladung, also kann die Laplace-Gleichung ansetzen. Warum unterteilt man es? Wieso sprechen wir nur von horizontal und vertikal und nicht von so einer krummen Unterteilung? Das ist genau richtig. Das sind keine kathesischen Koordinatensystemen. Also es passt nicht in das kathesische Koordinatensystem. Das heißt, wenn wir das, wenn wir selber so doof sind, Entschuldigung, das Gebiet so zu unterteilen, dann machen wir uns unseren Separationsansatz kaputt. Dann erzeugen wir selber eine Geometrie, die nicht mehr zum Separationsansatz passt. Andere Frage, was wähle ich denn jetzt? Wähle ich jetzt die vertikale oder die horizontale Unterteilung? Bei der Geometrie kann es ja nicht wirklich eine Rolle spielen. Weil hier haben wir an allen Rändern, an allen Seiten die gleiche Randbedingung, also oben, unten, rechts und links ist die gleiche Randbedingung. Da kann das, da muss das willkürlich sein. Bei der anderen Auffahrer, bei der 7.5, wo der obere Rand fehlt, die können wir ja mal mitdenken, müssen ja nicht ganz starrsinnig nur auf diese Aufgabe schauen. Wie wäre es denn da? Genau. Also wenn man ein bisschen, also die Antwort, die vollkommen richtige Antwort ist, wenn der obere Rand weg ist, wie bei der Aufgabe 7.5, dann würde man das Gebiet horizontal aufteilen. und zwar, weil man schon weiß, wie es weitergeht. Also wenn Sie noch nicht wissen, wie es weitergeht bei der Aufgabe, bei der Lösung der Aufgaben, dann können Sie das zu dem Zeitpunkt noch nicht entscheiden, müssen Sie aber auch zu dem Zeitpunkt auch noch nicht entscheiden. Wenn Sie aber schon wissen, die eine Differenzialgleichung, die wir gleich, wir stellen die Differenzialgleichung gleich auf und lösen sie, die eine Lösung werden Sinus- und Cosinus-Therme sein, das andere werden Sinus-Hyperbolicus, Cosinus-Hyperbolicus sein, oder statt Sinus und Cosinus können Sie auch E-Funktionen mit komplexem Argument nehmen, und für Sinus-Hyperbolicus und Cosinus-Hyperbolicus können Sie natürlich auch E-Funktionen mit reellem Argument nehmen, das sind ja nur Linearkombinationen voneinander. Dann, wenn Sie das wissen, ich habe auf der einen Seite periodische Lösungen und auf der anderen Seite habe ich nicht periodische Lösungen, Sinus-Hyperbolicus und Cosinus-Hyperbolicus sind keine periodischen Funktionen, das wissen Sie sicherlich, dann wird man natürlich, spätestens wenn man einmal durchgerechnet hat, sagen, wenn ich links und rechts eine Wand habe, dann packe ich da bitteschön die periodischen Lösungen rein, weil die passen zu den Rändern. Und wenn ich nur auf einer Seite eine Lösung habe, einen Rand habe und auf der anderen Seite keinen Rand habe, dann stückele ich mir das besser mit den anderen Lösungen zusammen. Dann kann ich mir vorstellen, okay, da wo der Rand 0 ist, wo Potenzial 0 vorgegeben ist, da kann ich ja zum Beispiel mit dem Sinus-Hyperbolicus anfangen, weil der Start ist sowieso bei 0, geht aber dann relativ schnell hoch. Ja, und wie wird der andere aussehen? Naja, gegen unendlich muss das Potenzial ja wieder gegen 0 anfangen. Da bräuchte ich also jetzt im Prinzip so etwas wie einen umgedrehten Sinus-Hyperbolicus, also kein Sinus-Hyperbolicus von Y, sondern einen vielleicht von minus Y, weil der würde mir gerade den Gefallen tun, eben nach hinten irgendwo abzufallen und die kreuzen sich dann irgendwo und da muss ich sie entsprechend über die Konstanten so zusammenbringen, dass die Randbedingungen erfüllt sind. Das ist so die Strategie, die man, bevor man überhaupt nur ein Teil gerechnet hat, vielleicht schon im Hintergrund hat. Man weiß schon so ungefähr, wie es weitergeht. Aber gehen wir mal jetzt wirklich in die Bearbeitung rein, sonst läuft uns da hinten dann doch irgendwann die Zeit weg. Also, Laplace-Gleichung habe ich begründet. Warum mit Laplace-Gleichung neben nicht Poisson-Gleichung? Und ja, wenn Sie jetzt tatsächlich eben Laplace-Gleichung einsetzen, dann haben Sie natürlich den Laplace-Operator in kathesischen Koordinaten. Das ist ja besonders einfach in kathesischen Koordinaten, nicht weiter schwierig. Und das eben angewendet auf das Produkt. Ja, das rechnen Sie eben ganz normal nach Produktregel aus. Das ist ja auch in der Vorlesung dargestellt und muss natürlich nach wie vor Null ergeben. Also, das ist einfach nur die Laplace-Gleichung jetzt noch mal etwas ausführlicher hingeschrieben. Und an der Stelle würden Sie jetzt eben das Ganze dividieren. Und zwar dividieren Sie durch Phi. Also, Sie dividieren durch F mal G. Dürfen Sie das? Darf man. Beim Dividieren, das hat man ja, das ist ja, das ist einem ja in Fleisch und Blut übergegangen. Beim Dividieren muss man sich immer nur die Frage stellen, kann das Null sein? Potenzial gleich Null ist zwar eine Lösung der Laplace-Gleichung in jedem Detailgebiet, aber es ist mit Sicherheit keine Lösung, die dazu passt, dass wir da auch noch eine Ladung drin haben. Dann kommen wir eben auf diese Gleichung, die hier dargestellt ist. Und da ist klar, wenn ich zwei Summanden habe und die Summe soll gleich Null ergeben, dann muss das eine eben das Negative vom Anderen sein. Und der Ansatz, der dann auch in der Vorlesung schon steht, den Sie bei der Behandlung von partellen Differenzialgleichungen in der Mathematik bestimmt auch gehabt haben, ist dann eben, dass man sagt, okay, dann sagen wir, diese Summanden, die ja gleich sein müssen bis aufs Vorzeichen, die ergeben eine positive Konstante, die wir k² nennen. Das ist keine Einschränkung, dass das eine positive Konstante ist. Null können wir ausschließen, dann wäre wieder Vieh gleich Null. Und wenn es eine negative Konstante wäre, dann würde sich nur die Lage des Vorzeichens verändern, was ja da sowieso in Frage kommt. Das heißt, ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir einfach sagen, die Konstante ist positiv. Und wenn die beiden Summanden unterschiedliches Vorzeichen haben, dann bleibt natürlich immer noch die Freiheit und ich habe hier eine positive, ups, man sollte den richtigen Stift nehmen und nicht den Radiergummi. So, gucken, ob wir hier irgendwas wieder hinkriegen. Gleich k² gleich. Also, wenn das die gleiche Konstante ist und unterschiedliches Vorzeichen und ich sage, ohne Beschränkung der Allgemeinheit wähle ich die Konstante positiv, dann habe ich immer noch die Freiheit, schreibe ich das negative Vorzeichen auf die eine Seite, so wie es jetzt hier gemacht ist, oder schreibe ich das auf die andere Seite. Ich kann die Gleichung minus 1 multiplizieren. Da ist die erste Stelle, wo man sich entscheidet, wo man eine kluge Entscheidung treffen sollte. Und dieses Treffen, dieser kluge Entscheidung sieht man an der Stelle auch schon, weil diese Differenzialgleichungen, die hier auftauchen, die kennen Sie ja. Die sind nicht wirklich schwierig. Also, das ist ja einmal die Differenzialgleichung f2 gestrichen gleich minus k² mal f oder eben die Differenzialgleichung g2 gestrichen gleich plus k² mal g. An der Stelle wissen Sie, was die Lösungen sind. Da, wo das Minus, also gleich Minus, positive Konstante mal die Funktion selber, das heißt, bei zweimaligen Ableiten bekommen Sie die Funktion wieder raus, aber mit negativen Vorzeichen. Das sind die Sinus-Cosinus-Lösungen oder eben komplexe E-Funktionen. Die tut es auch. Kein Wunder, weil Sinus und Kosinus über die eulische Beziehung auch über die komplexe E-Funktion dargestellt werden können. Und da, wo das positive Zeichen steht, wo Sie also bei zweimaliger Differenzierung die gleiche Funktion wieder ergibt, mit positiven Vorzeichen, da sind es Sinus-Hyperbolikus, Kosinus-Hyperbolikus oder die E-Funktionen mit reellem Argument, die ja auch wieder mit den anderen zusammenhängt. Also ob Sie, das ist jeweils egal, ob Sie Sinus oder Kosinus oder E hoch plus J K mal X oder E hoch minus J K mal X nehmen oder ob Sie Sinus-Hyperbolikus, Kosinus-Hyperbolikus und die realwertigen, die E-Funktionen mit reellem Argument nehmen. Das ist Schnurz. Das können Sie machen, wie Sie wollen, weil die direkt auseinander darstellbar sind. So, das heißt hier bei der Aufgabe, bei der 6.4, alle Randbedingungen sind wieder gleich, da wäre es wieder, da ist es egal, wo Sie das Vorzeichen hinschreiben. Weil, wenn Sie es so hinschreiben, wie Sie es hier hinschreiben, würden Sie sagen, in X-Richtung bekomme ich die periodischen Lösungen. Da müssen Sie jetzt nur schon sagen, okay, in X-Richtung periodische Lösungen, dann muss ich das Gebiet teilen, am besten horizontal. Also dann ist die Grenze parallel zu X-Achse. An der Stelle Y gleich B, so wie hier die grüne Linie eingezeichnet ist. Das würde passen zu der Wahl, dass Sie das negative Vorzeichen auf diese Seite schreiben. Wenn Sie das negative Vorzeichen auf die andere Seite schreiben, dann ist G Ihre periodische Lösung. Und F ist die nicht periodische Lösung. dann würden Sie das Gebiet anders teilen wollen. Einfach damit, können Sie das auch noch mal hinzeichnen. Wenn Sie hier die Randbedingung haben, dann passt das eben super zu dem halben Sinus oder dem ganzen Sinus und so weiter. Das passt prima hin. Da sind die periodischen Lösungen super. Und deshalb würden Sie hier horizontal teilen, damit Sie in der anderen Richtung dann zum Beispiel den Sinus hyperbolicus haben, den Sie von der anderen Seite auch noch ranstückeln können. Wenn Sie in der Richtung nicht teilen würden, also wenn Sie jetzt in Y richten, wenn Sie nicht in oben und unten teilen würden, hätten Sie ja das Problem, dass eine Überlagerung von Sinus hyperbolicus und Cosinus hyperbolicus am unteren Rand und am oberen Rand die Randbedingungen erfüllen müssen. Ein Sinus hyperbolicus sieht aber irgendwie so aus. Ein Cosinus hyperbolicus sieht irgendwie so aus. Das sind keine guten Kandidaten, um an beiden Rändern die gleichen Randbedingungen zu erfüllen. Deshalb ist es naheliegend, dass Sie da nur Stücke von nehmen. Aus Stücken können Sie das leichter zusammensetzen. Gut, schauen wir mal weiter. Also klar ist, das sind ja jetzt die beiden Differenzialgleichungen, einfach nochmal hingeschrieben. Und hier ist auch nochmal aufgeschrieben, was wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben. Lösungen von dieser F-Differenzialgleichung sind eben Sinus, Cosinus oder eben die komplexe E-Funktion. Auf der anderen Seite, wo wir das positive Vorzeichen haben, da ist es eben Sinus hyperbolicus, Cosinus hyperbolicus oder die E-Funktion mit reellem Argument. Da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, klar. So, und hier steht nochmal drauf, wie man die Einteilung macht. Das steht hier oben nochmal in der Ecke. Da haben wir jetzt auch schon drüber geredet. So, dementsprechend, wenn ich das weiß, Sinus und Cosinus sind die Lösungen für F, dann kann ich die Lösung für F natürlich in einer solchen Form hinschreiben, wie das hier steht. Mit einem Faktor K im Argument, den ich allein schon aus Dimensionsgründen brauche. Ich kann ja nicht einfach hinschreiben Sinus X, das würde dimensionsmäßig ja nicht passen. Und zum anderen steht hier oben ja auch das K-Quadrat. Das kommt natürlich als innere Ableitung zweimal nach vorne. Und das negative Vorzeichen kommt ja daher, dass ich eben beim Ableiten vom Sinus zwar den Cosinus bekomme, vom Cosinus dann aber den Minussinus bekomme. Also kennen wir alles. Und im Allgemeinen habe ich hier natürlich noch Faktoren A und B davor stehen. Also sprich, natürlich ist meine Lösung dieser Differenzialgleichung hier dann eine Überlagerung, eine Linearkombination von diesen Fundamentallösungen. Und für G das Gleiche. Auch da steht natürlich im Argument K mal X, weil hier oben K-Quadrat steht und das zweimal innere Ableitung nach vorne kommt. Und weil aber die Ableitung von Sinus Hyperbolicus plus Cosinus Hyperbolicus ist und die Ableitung von Cosinus Hyperbolicus plus Sinus Hyperbolicus ist, haben wir hier eben tatsächlich auch das positive Vorzeichen. Also das stimmt. Und das sind ja auch, ich sag mal, wenn man die Lösungen von irgendwelchen gewöhnlichen Differenzialgleichungen auswendig kennt, dann wahrscheinlich von diesen hier. Gut. Und gemäß unserem Ansatz kommen wir natürlich dann auf diese Form hier. Wir müssen das Ganze miteinander multiplizieren. Und das wäre jetzt einfach das, was sofort rauskommt, wenn wir unseren Ansatz in die Laplace-Gleichung einsetzen. Und es geht jetzt also darum, im Weiteren eben die Konstanten zu bestimmen. Hier schauen wir uns eben als erstes die Ränder an, weil da ist das Potenzial vorgegeben. Es wäre ja, oder es ist ja extrem naheliegend, dass wir diese Information natürlich verwenden, die hier über die Ränder vorgegeben ist. Und das sind eben die Werte, zwei Werte für x, nämlich x gleich 0, x gleich c, y gleich 0 und y gleich d. Und für alle ist hier der Wert 0. Und was wir eben schon gesagt haben, das ist hier unten auch nochmal hingezeichnet. Natürlich würde man jetzt an der Stelle spätestens sich auch überlegen, welche Informationen habe ich noch? Ich weiß, dass hier eine Ladung sitzt, also weiß ich, dass das Gebiet unterteilt werden muss. Und das ist genau das, was wir eben überlegt haben. Also spätestens an dieser Stelle, wo Sie explizit hier stehen haben, in x-Richtung haben Sie periodische Funktionen, in y-Richtung haben Sie nicht periodische Funktionen. und spätestens an dieser Stelle treffen Sie die Entscheidung, wie Sie die Trennlinie zwischen den Gebieten legen. Klar ist, diese vier Bedingungen, die sind sowieso klar. Und ist Ihnen auch klar, und das wurde ja eben auch am Anfang schon gesagt, dass Sie das Gebiet aufteilen, und zwar horizontal in dem Fall, weil Sie in x-Richtung die periodischen Lösungen haben. Und dann wissen Sie auch, okay, an der Grenze zwischen den Gebieten habe ich natürlich nochmal zwei Randbedingungen, nämlich zum einen die Stetigkeit des Potenzials und zum Zweiten als Neumann-Randbedingung an der Grenzfläche. Also, sprich, eigentlich eine Randbedingung für die dielektrische Verschiebung, für die Normalkomponente der dielektrischen Verschiebung. Aber wir sind ja beim Potenzial, also ist es eine Randbedingung für die normalen Ableitungen des Potenzials. Und normalen Ableitungen, normalen Vektor hier, wäre eben ein Einheitsvektor in y-Richtung, wenn wir die Fläche horizontal legen. Also ist es in dem Fall die y-Ableitung des Potenzials, die hier nochmal ins Spiel kommt. Die, dann, der Sprung in der y-Ableitung wird in Verbindung gesetzt mit der Oberflächenladungsdichte. Das ist genau die Neumann-Randbedingung. Die könnten auch sagen, das ist einfach die Stetigkeitsbedingung für die dielektrische Verschiebung und den Übergang zwischen zwei Medien. Auch wenn die Medien hier gleich sind, sie haben eben eine Oberflächenladung vorgegeben. Und somit haben sie da eine Unstetigkeit. Schau mal einfach weiter, wie das dann läuft. Das ist im Prinzip schon, das Schwerste haben wir jetzt schon geschafft. Das Schwerste ist wirklich, das zu sortieren, dass wir auf den einfachsten Weg gehen. Jetzt geht es aber tatsächlich, wahrscheinlich auch wirklich einfacher. Also wir gehen jetzt der Reihe nach durch. Wir haben diese 1, 2, 3, 4 Randbedingungen. Das sind einfach die Ränder. Also x gleich 0, x gleich c, y gleich 0, y gleich d. Das sind die, die wir jetzt als erstes abarbeiten und gucken, was wir da jeweils rausbekommen. x gleich 0. Da setzen wir jetzt in dem allgemeinen Term, den wir hier oben haben, x gleich 0 ein. Und dann fällt der Sinus hier natürlich raus. Weil Sinus von 0 ist 0. Wenn wir x gleich 0 einsetzen, steht der nicht mehr da. Hier steht aber dann noch tatsächlich dieser Term hier. Der Cosinus ist dann immer 1. Also, ups, nicht durchstreichen. Der Cosinus ist dann immer 1. Also steht da 1 mal b. Das ist genau das, was hier steht. Also phi von x gleich 0 ist gleich das 1 mal b und dann eben der Klammerausdruck, der genau der Klammerausdruck da oben ist. ist einfach eingesetzt. Und das muss aber nach wie vor 0 sein. Das, was hier hinten steht, wird einen aber nicht den Gefallen tun, immer 0 zu sein. Das wäre nur dann immer 0, wenn c gleich 0 und d gleich 0 wäre. Dann wäre aber auch phi gleich 0 und diese Lösung haben wir als zu trivial am Anfang schon ausgeschlossen. Wenn das hier aber nicht immer 0 ist und das Produkt aber gleich 0 sein muss, dann bleibt nichts anderes übrig, als dass der andere Faktor 0 ist. Also Faktor mal irgendwas, was nicht immer 0 sein kann, soll immer 0 sein. Dann kann dieser Faktor nur 0 sein. Es kommt nicht darauf an, dass der zweite Faktor vielleicht für bestimmte Argumente gleich 0 ist. Das ist egal. Das würde uns hier nicht, das würde uns nicht, das würde nicht reichen, um b gleich 0 auszuschließen. Wichtig ist der Klammerausdruck hier hinten, dass der nicht immer 0 ist und das Produkt aber immer 0 sein soll. Es würde also auch nur reichen, wenn es für ein y ungleich 0 ist. Das allein würde schon erzwingen, dass b gleich 0 ist, weil das Produkt immer 0 sein muss. Damit können wir aus der Lösung diesen Term hier schon komplett rausschmeißen. Den brauchen wir nicht mehr zu beachten. Wir wissen schon, b ist gleich 0. Also ist die Komplexität schon reduziert. Schauen wir uns das andere Ende an. x gleich c. Dann steht hier von der ersten Klammer natürlich nur noch a mal Sinus k mal c. Der Term mit b ist ja raus. c ist eingesetzt. Das ist a mal Sinus k mal c. Und der zweite Faktor hier hinten, das ist der, den wir vorher auch schon hatten. Haben wir also wieder ein Produkt, das gleich 0 sein soll. Wir haben schon argumentiert, der Klammerausdruck kann nicht immer 0 sein. Das würde bedeuten, phi ist 0. Das a, was davor steht, würde aber auch nur auf so eine triviale Lösung führen. Weil wenn a 0 ist, dann ist ja f von x 0 und dann wäre phi auch 0. Das wäre uns auch zu einfach. Bleibt also, wir haben ja drei Faktoren, bleibt also nur noch übrig, dass der dritte von den Faktoren 0 ist. Sinus k mal c. Naja, das wird im Allgemeinen natürlich nicht 0 sein. Sinus k mal c ist natürlich nicht immer 0. Aber es ist für bestimmte Werte von k 0. Damit das 0 ist, muss nämlich k mal c pi sein, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. Das sind die Nullstellen vom Sinus. Wenn das der Fall ist, dann ist dieser Faktor hier gleich 0. Der, wie wir gerade festgestellt haben, 0 sein muss. Also ist damit k festgelegt. Das kann nur funktionieren für bestimmte ausgewählte k und nicht für beliebige k. Das heißt, das k ist nicht nur ein k, aber auch kein beliebiges k, sondern das k ist ein k, wo wir jetzt einen Index n dran schreiben und das dann den Wert hat n mal pi durch c. Dann ist natürlich die Gesamtlösung, das wissen wir jetzt auch schon, wenn mehrere gehen, dann ist die Gesamtlösung eine Überlagerung von den Lösungen, die alle gehen. Also sprich, das heißt schon, dass unser phi am Ende, wenn es funktioniert, eine Summe über n gleich 1 bis unendlich von den phi ns sein wird. Wir machen jetzt trotzdem mit den einzelnen phi ns weiter. Das können wir auch machen, weil die Differenzialgleichung, die wir betrachten und auch die Operationen, die wir anwenden, sind lineare Operationen. Deshalb müssen wir jetzt nicht die große Summe hinschreiben und immer die große Summe mitschleppen, sondern wir können auch gucken, ob das für einen Summanden zum Ziel führt und dann am Schluss das Ganze als Summe hinschreiben. Das geht, weil es linear ist. Ja, und analog geht man jetzt in anderen Richtungen vor, also bei y gleich 0. Wir haben ja jetzt diesen Ausdruck hier, wo tatsächlich eben das k schon durch kn festgelegt ist. und für y gleich 0 müssen wir hier oben einsetzen und Sinus Hyperbolicus von 0 ist 0 und Cosinus Hyperbolicus von 0 ist 1. Das ist genau das, was hier eingesetzt ist. Aber Ihnen wird auffallen, ich habe jetzt hier noch Markierungen dran gesetzt, 1 und 2, weil wenn ich die untere Grenze einsetze, dann bin ich im unteren Gebiet. Da kann ich nur Aussagen machen über die Lösung im unteren Gebiet und nicht über die im oberen Gebiet. Also muss ich an der Stelle die nochmal zusätzlich markieren. Also hier soll 1 eben die Lösung im Gebiet 1 sein und das ist eben hier das untere Gebiet und das obere Gebiet ist das Gebiet 2. Und das müssen Sie an der Stelle unterscheiden. Sie können im unteren Gebiet, wenn Sie die Randbedingungen dort aussagen, auch nur eine Aussage machen über das Potenzial im unteren Gebiet. Das heißt, an der Stelle ist eben Cosinus Hyperbolicus 1, deshalb steht hier nur noch D. Das ist D mal 1. Und gekennzeichnet hier oben nochmal mit der 1, weil das ist auch das D im unteren Gebiet. Und das soll wieder 0 sein. Und jetzt kann man das ganze Spiel wieder durchspielen. Also Sinus kn mal x würde einem nicht den Gefallen tun, für alle x gleich 0 zu sein. Das a wollen wir auch nicht, dass das 0 ist. Das haben wir vorher schon mal argumentiert, weil dann alles gleich 0 wäre. Also sprich, die beiden Faktoren, die hier vorne stehen, die sind nicht immer 0. Und damit muss der dritte Faktor, der hier im Spiel ist, das ist der Klammerausdruck, deshalb muss der 0 sein. Sonst kann das nicht immer gleich 0 sein. Und damit habe ich D1, D im ersten Gebiet festgelegt. Und es reduziert sich da offensichtlich auf den Sinus Hyperbolicus. Weil der Term mit dem Cosinus Hyperbolicus dort wegfällt. Und an der oberen Grenze, da müssen wir jetzt natürlich den Index oder hier den Exponenten, das ist kein Exponent, die Markierung 2 mitschleppen. Und da steht natürlich auch jeweils eine 2 an den Koeffizienten dran. Das sind andere als in dem anderen Gebiet. Das sind ja zwei unabhängige Zweige. Deshalb steht auch hier das D2 noch da. Ich kann das jetzt nicht einfach, ich kann nicht einfach sagen, weil D1 0 ist, ist das D2 auch 0. Das sind unabhängige Zweige. Deshalb steht das noch hier. Und ich kann das aber natürlich jetzt entweder nach D2 oder nach C2 auflösen. Also das Ganze muss 0 sein. Und damit müssen diese beiden Summanden sich gerade kompensieren. Das ist ja wieder der Faktor, der 0... Ups. Okay, kann man gerade noch lesen. Das ist ja der Faktor, der jetzt gleich 0 werden muss, wieder mit dem gleichen Argument. Der erste und der zweite tun einem nicht den Gefallen zu verschwinden. Also muss dieser Klammerausdruck verschwinden. Und das klappt nur, wenn diese beiden Summanden sich kompensieren. Und das kann ich nach einem von den beiden Summanden auflösen. Machen wir weiter. Und ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen sputen. Aber ich glaube, dass das Wesentliche ist jetzt wahrscheinlich auch schon gesagt. Wir schauen uns gleich die normalen Ableitungen. Das schauen wir uns noch mal ein bisschen genauer an. Also was hier jetzt steht, ist in Wirklichkeit jetzt einfach noch mal die Ausdrücke hingeschrieben. Also 4.1, da wissen wir schon, da ist das D1 ist ja weggefallen. Deshalb steht hier nur das C1. Und bei 4.2, naja, das A hatten wir sowieso noch. Das KN hat man schon festgelegt. Und wir haben eben das D2 durch das C2 ausgedrückt. Und deshalb taucht hier jetzt nur noch ein C2 auf. Und ansonsten ist der Term aber einfach noch mal hingeschrieben. Und diesen Term hier, da sehen Sie leicht, was habe ich da gemacht? Ich habe offensichtlich diesen Nenner vor die Klammer gezogen. Der steht jetzt hier. Das muss ich natürlich dann entsprechend hier kompensieren. Das heißt, hier bei dem ersten Summanden steht dann Cosinus Hyperbolicus mal Sinus Hyperbolicus, so dass hier steht Cosinus Hyperbolicus mal Sinus Hyperbolicus minus Sinus Hyperbolicus mal Cosinus Hyperbolicus. Und das gucken Sie nach. Da gibt es ein Additionstheorem, da kann man das viel einfacher schreiben. Wir orientieren diesen normalen Vektor von 1 nach 2. Egal, wo 1 und 2 ist. Aber wir sagen, wir machen das von 1 nach 2. Und dann schreibt sich die Bedingung einfach in dieser Form. D2 minus D1. Genau. Das ist vollkommen richtig. Und das ist das, was dann hier auch nochmal hingeschrieben ist. Also weil E gleich Minusgradien V ist, vertauschen sich natürlich dann, wenn Sie die normalen Ableitungen für das Potenzial hinschreiben, vertauschen sich dann plötzlich die Rollen von 1 und 2. Also hier steht 2 minus 1 und beim Potenzial steht 1 minus 2. Und das liegt natürlich gerade an diesem Vorzeichen hier, weil E gleich Minusgradien V ist. Aber hier sehen Sie, hier unten sollte nochmal dargestellt werden, dass das wirklich, also diese Stetigkeitsbedingung, Übergang zwischen zwei Medien, das entsprechend gleiche ist wie diese Neumannscher Randbedingung hier. Und wichtig ist, dass man dann hier noch die richtige die richtige Ladung hinschreibt. Und an der Stelle, an der Stelle merken Sie, das ist ein dreidimensionales Problem. Das ist gar kein zweidimensionales Problem, weil hier kommen Sie nicht umhin, allein schon aus Dimensionsgründen eine 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 Flächenladungsdichte hinzuschreiben. Sonst passen Ihre Einheiten nicht. Und eine Flächenladungsdichte am Übergang bekommen Sie ja nur hin, wenn Sie die Fläche auch betrachten. Das ist jetzt eine Fläche, die in Z-Richtung ausgedehnt ist. Also die schneidet dieses ebene zweidimensionale Gebiet schneidet die von oben nach unten durch. Da, wo wir immer nur einen Strich hingemalt haben und zu sagen, das ist unsere Grenze zwischen den Gebieten. Das ist jetzt wirklich eben eine Fläche. Und diese Flächenladungsdichte, die müssen wir auch hinschreiben. Und diese Flächenladungsdichte, das 1 durch Epsilon, kommt einfach daher, dass wir jetzt von D auf E übergegangen sind. Das brauchen wir jetzt hier nicht weiter zu erläutern. Das ist klar. Aber diese Flächenladungsdichte hier, das ist eben die Linienladungsdichte mal der Delta-Funktion, die uns nochmal angibt, an welcher Position denn jetzt hier unsere Linienladung liegt. Diese Linienladung, die liegt eben bei x gleich a. Und deshalb kommt das eben in dieser Form hin. Und diese Bedingung haben Sie außer der Stetigkeitsbedingung dann eben nochmal anzuwenden. Und wenn man jetzt weitermacht, hier auf der Folie ist zunächst mal nicht viel passiert. Einfach die ganzen Größen nochmal eingesetzt hier oben, sodass wir dann eben ein Phi N1 und ein Phi N2 haben. Nochmal zur Erinnerung, das N kommt daher, dass wir nicht nur 1 K als Möglichkeit haben, sondern wir haben festgestellt, dass wir N oder unendlich viele, die wir mit dem Index N durchzählen, unendlich viele KNs haben, die in Frage kommen. Und vielleicht auch nochmal darauf hingewiesen, auch das hat man beim letzten Mal schon gesagt, dass natürlich letztendlich das Phi dann sowas ist, wie die Summe der Phi Is, I gleich 1 bis unendlich. Oder schreibe mal N, dann erkennt man das vielleicht besser wieder. Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten und ich schleppe nur das Summenzeichen nicht immer mit. So, das heißt, bis hierhin war mal im Prinzip, wir haben die Phi Is in den beiden Gebieten bestimmt und jetzt muss eben letztendlich noch die übrig gebliebene Konstante, das wäre hier das C2, bestimmt werden. Und das machen wir eben mithilfe dieser Neumann-Bedingung. Wir wissen also, wie groß die Differenz der normalen Ableitung zwischen Gebiet 1 und Gebiet 2 ist und wenn man die Ableitung gebildet hat, die Ableitung zu bilden ist ja hier einfach. Wir bilden ja die Ableitung nach Y. Das Y steckt entweder in dem Term Sinus Hyperbolicus KNY oder in dem Term Sinus Hyperbolicus KN D-Y Ableitung von Sinus Hyperbolicus ist Cosinus Hyperbolicus und dann kommt noch die innere Ableitung dazu und die innere Ableitung führt dann einmal hier auf das KN und einmal auf das Minus KN. Das ist, glaube ich, relativ einfach, ansonsten kann man die Ableitung direkt hinschreiben. Ja, wenn ich die Ableitung kenne, dann können wir natürlich auch die Differenz hinschreiben. An der Stelle zuckt man vielleicht nochmal angesichts der vielen Sinus Hyperbolicus Cosinus Hyperbolicus Therme und weiß für einen Moment nicht, wie man das vereinfachen soll. Kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen. Ich habe schon mal gesagt, im Zweifelsfall, wenn man Probleme hat mit den Additionstheorien von Sinus Hyperbolicus Cosinus Hyperbolicus, dann kann man im Zweifelsfall auch immer auf die Exponentialschreibweise gehen und aus für mich sehr gut nachvollziehbaren Gründen fällt es vielen einfacher mit Exponentialfunktionen zu rechnen als mit Sinus Hyperbolicus Cosinus Hyperbolicus. Kann man machen, wie man will. Ich habe es jetzt hier so gemacht, dass ich eben einen Term ausgeklammert habe, nämlich hier diesen Nenner und wenn man das macht, dann erkennt man, dass dann hier in dieser eckigen Klammer ein Term stehen bleibt, den man spätestens im Bronstein dann wieder findet. Also das ist wieder ein Additionstheorem und somit vereinfacht sich dieser Ausdruck in dieser eckigen Klammer hier, der vereinfacht sich dann relativ schnell zu Sinus Hyperbolicus KND. Und ja, somit wäre dann dieser große Ausdruck hier oben reduziert auf diesen doch wesentlich übersichtlicheren Ausdruck und auf der anderen Seite steht eben nach wie vor das, was wir wissen über die Differenz der normalen Ableitung an der Stelle y gleich b, nämlich, dass das eben gerade ist 1 durch Epsilon Rho L mal Delta x minus A. Das kommt aus der Flächenladungsdichte rein. Und die Flächenladungsdichte, nochmal erinnert, kommt aus der Stetigkeitsbedingung für die dielektrische Verschiebung am Übergang zwischen den beiden Gebieten. Und ja, das Ganze ist jetzt hier oben einfach nur nochmal hingeschrieben. Da ist also jetzt nichts passiert von der einen Seite auf die andere Seite. Und das Problem, was man an der Stelle hat, ist, dass das ja jetzt nicht so naheliegend ist, wie man jetzt an die Konstante c rankommt. Oder c, wie heißt sie hier, c2. Normalerweise würde man sagen, okay, lösen wir einfach auf, aber dann steht auf der anderen Seite immer noch die Delta-Funktion, wo man jetzt nicht so genau weiß, wie geht man jetzt damit um. Die Delta-Funktion hilft uns aber natürlich über ihre Eigenschaften. Und wir wissen schon, bei welcher Rechenoperation die Delta-Funktion uns ganz hervorragende Dienste leistet, nämlich bei der Integration. Wir wissen, wenn wir Integral von irgendeiner Funktion mal Delta, in dem Fall eben x minus a haben, dann haut uns die Delta-Funktion gerade diese Funktion, die unterm Integral steht, an der Stelle heraus, bei der das Argument der Delta-Funktion verschwindet. Das wissen wir. Schreiben wir es nochmal hin. also Integral f von x Delta x minus a dx und hier im Allgemeinen von minusunendlich bis plusunendlich, aber es geht auch um kleineres Gebiet, Hauptsache die Stelle x gleich a ist im Integrationsgebiet. Das ist eben f von a. Das ist eine der wichtigen Eigenschaften der Delta-Funktion. Und wenn ich jetzt an so eine Stelle komme, an der die Delta-Funktion auf einer Seite steht und ich kenne diese Eigenschaft der Delta-Funktion, dann denke ich schon mal automatisch daran, Strategie muss sein, beide Seiten zu integrieren. weil ich weiß, dann fällt die Delta-Funktion raus und da auf der Seite, wo die Delta-Funktion steht, da kann ich den Term auch gut auswerten. Ich kenne das Integral. Da tut das also nicht weh. Das heißt, auf der rechten Seite würde man schon sagen, egal welches Integral ich hier mache, wenn ich mich nicht total blöd anstelle und jetzt über irgendwas anderes integriere, was in der Delta-Funktion nicht drin steht, also es sollte schon ein Integral dx sein, egal welches Integral ich da mache, auf der rechten Seite kommt das schon mal gut raus. Ich bekomme damit die Delta-Funktion weg und ich kann das Integral lösen. Bleibt nur die Frage, welche Funktion wähle ich denn? Also ich habe ja hier allgemein hingeschrieben f von x. Welche wähle ich denn? Und das hängt dann natürlich davon ab, was auf der anderen Seite steht. Wenn wir uns auf der anderen Seite den Ausdruck anschauen, der hier für x steht, dann ist das ein Sinus kn mal x. Und f von x wollen wir jetzt natürlich so auswählen, dass auf der anderen Seite das, was hier als Funktion von x steht, wenn es dann unterm Integral steht, auch gut zu integrieren ist. Und bei Aufgaben dieser Art überlegt man sich gerne zurück, man weiß ja, das Sinus ist ja letztendlich dadurch gekommen, dass es eine Lösung eines bestimmten Types von Differenzialgleichung ist. und wenn ich Differenzialgleichungstypen fundamental löse, kommen typischerweise auch vollständige Funktionssysteme raus. An der Stelle wissen Sie, dass das ein Mitglied eines vollständigen Funktionssystems ist. Also Sinus k n x, ich könnte auch sagen Sinus omega n t, bildet ein vollständiges Funktionssystem, also eine Basis für den Raum der Funktionen. Das wissen wir, das haben Sie auch schon x mal ausgenutzt, das kennen Sie aus der Fourier transformierten. Also die Fourierentwicklung dürfen Sie ja gerade nur so hinschreiben, weil das ein vollständiges Funktionssystem ist, sonst würde es keinen wirklichen Sinn machen. Und das führt Sie dazu, dass Sie an dieser Stelle eben auf jeden Fall auch mit einem Mitglied dieses Funktionssystems arbeiten würden. Also das f von x sollte auf jeden Fall auch ein Mitglied dieser Basis sein. Und dann erinnern Sie sich an das, was wir über vollständige Funktionssysteme gelernt haben, insbesondere über die Vollständigkeitsrelation. Im Allgemeinen, habe ich ja schon gesagt, hätten Sie hier noch eine Summe davor stehen, auf beiden Seiten. n gleich 1 bis unendlich. Und in dem Fall wäre es ja noch komplizierter, jetzt die Terme zu eliminieren oder die Terme zu vergleichen. In dem Fall wollten Sie zwei Sachen, nämlich einerseits die Delta-Funktion loswerden, andererseits aber auch die Summe loswerden. Und dann erinnern Sie sich, spätestens dann würden Sie sich an die Orthogonalität erinnern und sagen, naja, wenn ich jetzt hier das f von x wähle als Sinus Km mal x also ein anderes Mitglied nehme, dann weiß ich schon, dass wenn ich die miteinander multipliziere und darüber integriere, ich habe ja auch das Integral, was ich hier dann bilde, dass ich dann nur die Terme bekomme für n gleich m, weil die zueinander Orthogonal sind. Dann ist auch naheliegend, dass man als f von x an der Stelle eben Sinus Km x nimmt. Ja, und dann brauchen Sie das Ganze letztendlich nur noch auszuführen. Und Sie sehen auch, dass das Integral, was hier auftaucht, das ist dann ein Sinus Quadrat natürlich, dass das auch einfach zu lösen ist. Also dieses Integral 0 bis c Sinus Quadrat Km x das gibt Ihnen einfach ein c halbe. Und auf der rechten Seite, wo vorher die Delta-Funktion stand, da steht jetzt natürlich dann einfach Sinus Km a. a, weil hier vorher stand Delta x minus a. Ja, und an der Stelle ist man letztendlich fertig. Also der, dann ab da ist es nur noch eine Fleißaufgabe, die Therme zu sortieren, weil hier steht jetzt ja nichts mehr, was noch nicht bestimmt wäre. Sie können diesen Ausdruck jetzt problemlos nach der letzten verbliebenen Konstante c2 auflösen, einfach umstellen und dann einsetzen und dann haben Sie die Ausdrücke für CN1 und CN2 und dürfen dann nicht vergessen, dass Sie im letzten Schritt noch hinschreiben, dass die Gesamtlösung natürlich dann die Überlagerung dieser Einzellösungen ist. bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020